Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. April 2014 bezugsfrei. Die Wohnung befindet sich in Leipzig-Kleins-Schoha. Bei einer Wohnfläche von ca. 52 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 380 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Die Wohnung befindet sich in Leipzig-Kleins-Kleins-Kleins-Kleins-Kleins-Kleins-Kleins-Kleins-Kleins-Kleins-Kleins.